So wir packen ein Paket aus. Was soll ich sagen? Wir packen ein Paket aus. Du machst ja gar keine Schlitte und so. Du machst ja gar keine Arbeit mehr. Wisst ihr wieso? Nutze ich nicht mehr. Ich mach nur so eine Arbeit. Am Ende guckt sowieso keine Sorgen. Die Sache ist, ehrlich gesagt, würd ich ja. Außer mir ist das jetzt nichts wichtiges. Projekte kommen noch. Rechner, Rechnerbau etc. Das geht wieder. Und da kommt noch ne Menge. Aber mein Rechner muss erst mal mehr haben. Wir haben hier Beruhigungszeug für den Hund, weil der noch ein bisschen engstig ist. Und dann haben wir hier noch diese Aldern für die Steckdose. So, das war's. Verpisst euch.